Freeman & Co. Der Teufel von New Orleans. Von Tamas Daraband. Verlag BOD. Als Spencer sich beim Militär meldet und nach Vietnam geschickt wird, ahnt er noch nicht, was die Zukunft für ihn bereithalten wird. Verwundet kehrt er nach Hause zurück und kämpft von da an mit Stimmen, die ihn in den Wahnsinn zu treiben drohen. Als er es nicht mehr aushält, läuft er von zu Hause fort, um weit weg von seinen Eltern ein neues Leben zu beginnen. Der Alkohol wird sein ständiger Begleiter und für eine Zeit verstummen die Stimmen. Als jedoch ein wahnsinniger Mörder Jagd auf ihn macht, muss er sich entscheiden, ob die Stimmen nicht doch recht hilfreich sein können. Der Axtmörder von New Orleans ist zurück und er hört erst auf, wenn er seine Mission erfüllt hat.